Skaten ist übelst der geile Scheiße. Ich wollte nur kurz alle informieren, die auf Herodes Talk warten. Warum kommt das eigentlich nicht? Ich hab seine Kamera. Hihi, voll scheiße, die Kamera, voll scheiße. Ach ja, und schaut mal das neue Video auf meinem Kanal. Werbung? Ich verlinke es in der Beschreibung. Penis!